Liebe Zuschauer! Hallo Fans! Wir zwei! Karolinli! Und ich, der Clibi. Wir dürfen euch seit fast 40 Jahren unterhalten mit viel Spass und Freude. Und angefangen hat das in einer Fernsehsendung Teleboy! Teleboy mit dem Kurt Felix. Und vor der Sendung ist es schon losgegangen. Da hat nämlich ein Kameramann immer gesagt, äh... Ja, was? Ja, was? Ich habe ihm etwas erzählt. Ja, was? Jedes Mal ist das Wort gekommen. Zu Abend haben wir es selber übernommen, wo wir die Kamera auf uns gerichtet haben. Und jedes Mal, wenn ich Karolinli etwas erzählt habe, hat sie gesagt... Ja! Das ist unser Markenzeichen geworden. Und die erste Fernsehsendung schauen wir uns an. Hier auf der DVD von der grossen Lachparade. Und wir zwei wünschen... Was ist das? Ja du, aber du hast ja heute wirklich nicht nur Kleider gekauft. Das hast du ja noch gemacht. Nicht so! Im Zoo bist du gesehen? Was hätte es für Tier gesehen? Was hätte es für Tier dort gehabt? Kamela! Kamela, so? Die grosse Lachparade von Klibi und Karoline. Über 160 Minuten beste Unterhaltung auf zwei CDs plus ein DVD mit den schönsten Fernsehauftritten. Jetzt exklusiv erhältlich bei Weltbild für nur 29.90 Franken. Telefon 08 48 840 112 oder online unter weltbild.ch Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer beliebt sind natürlich Sketch und Witz mit und über Tante Olga. Ich habe telefoniert mit dir. Ja du telefonierst immer noch mit dir? Jede Woche zwei Mal. Ja super! Da hat sie sicher Freude. Wie sieht eigentlich Tante Olga aus? Schöne Ohren hat sie. Schöne Ohren hat sie? Oh, das glaube ich aber du. Ja ich habe sie gefragt. Das kostet einen Quadratmeter. So also. Nicht immer frech sind mit der Tante Olga, gell? Okay, Entschuldigung. Ja Entschuldigung. Muss ich nicht entschuldigen. Also so nett war sie nicht immer Caroline, wenn sie mit der Tante Olga telefoniert hat. Einmal war die Kamera dabei. Und das schauen wir jetzt an. Auf der DVD der grossen Lachparade. Die grossen Lachparade von Klibi und Sinnerer einziger Wie ist der Kaste? Komm ich nimm dir ab. Hallo? Ja Caroline am Telefon. Au! Tante Olga. Soll ich sagen sie sind gesellschaftlich? Nein, nein. Sag ganz freundlich Salitante Olga. Sie! Sie sind gesellschaftlich gebunden! Die grosse Lachparade von Klibi und Sinnerer einziger mit der wichtigartigen Caroline. Zwei CDs und eine DVD mit den besten Sprüchen und erfolgreichsten Fernsehauftritten. Jetzt bestellen bei Weltbild für nur 29.90 Franken. Telefon 0848 840 112 oder online www.weltbild.ch Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich weiss, Caroline ist jetzt da, aber morgen muss sie wieder in die Schule. Ja. Was hast du in der ersten Stunde? Rechnen, rechnen. Geht das gut? Wahnsinnig schnell. Wahnsinnig schnell. Wahnsinnig schnell. Ja, was gibt es zum Beispiel 5x10? Was? Was? Das ist ja total falsch. Wahnsinnig schnell. Wahnsinnig schnell. Genau. Oder was gibt es zum Beispiel 4x4? 90. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch. 4x4. Dunstig? Nein, nicht dunstig. Nein, ganz falsch. Nochmal 4x4 gibt's? 16. Wie hast du das jetzt gerechnet? 90 weniger dunstig. 90 weniger dunstig. Aber so rechnet Caroline immer. Also es ist manchmal katastrophal. Sie muss noch viel, viel Lärm machen. Du schaust dann zum Beispiel einen Haufen Ausländer. Ja, 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 ja. Meinst du Zürcher? Nein, 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 nein. Die Seben schaust auch. Aber Zürich, das ist ja in der Schweiz. Die grosse Lachparade, beliebte Highlights und die besten Sprüche zum 35-Jahr-Jubiläum von Klibi und Caroline. Die Box mit zwei CDs und einer DVD gibt's jetzt exklusiv bei Weltbild für nur 29.90 Franken. Telefon 08 48 840 unter 12 oder online weltbild.ch. Du, ich kann dir sagen, ich hatte noch mal den Fuss gebrochen. Und das Bein gleich noch dazu. Aber es ist wunderbar wieder zusammengewachsen. Ihr noch? Ja. Und ich konnte nachher besser laufen als voran. Ja! Dann könnte ich dir mal eine Gehirnerschütterung entzählen. Wir zwei haben viele schöne Erinnerungen geniessen. Viele schöne Erlebnisse. Auch natürlich dank den lieben Freunden und der grossen Fangemeinde. Merci vielmals. Wir dürfen einmal zwischen deinen Danken sagen. Und ihr dürft es weiterhören und weiterlachen mit der grossen Lachparade. Und wir wünschen jetzt schon viel Spass und sagen Tschüss. Die grosse Lachparade. Jetzt bestellen bei Weltbild für nur 29.90 Franken. Telefon 08 48 840 112 oder online weltbild.ch.